Man muss natürlich sagen, dass es auf jeden Fall eine sehr angespannte Zeit war. Der Mauerbau war noch nicht lange vorbei und die Supermächte, Kennedy auf der einen Seite für die Vereinigten Staaten, Khrushchev auf der anderen Seite für die Sowjetunion, das war zwischen den beiden noch nicht geklärt. Und der ganze Mauerbau und die ganze Teilung der Welt in zwei Systeme war damals ja noch überhaupt nicht abgeschlossen. Man befand sich, als das alles passierte, auch als der Mauerbau passierte, mitten in Verhandlungsgesprächen, wie man mit der neuen Situation und mit der Feindschaft zwischen diesen beiden Systemen tatsächlich umgehen sollte. Man kann sich mit dem Smartphone oder dem Tablet tatsächlich einfach in dem Zimmer, in dem man ist, in dem Raum, in dem man ist, auf dem Fußboden die Fläche scannen und sich dort genau an diesem Ort das 3D-Modell der Straßenkreuzung Friedrichstraße-Zimmerstraße projizieren. Also für die Augmented Reality haben wir uns entschieden, weil wir denken, dass es einen neuen Zugang schafft zu dieser Geschichte. Denn im Unterschied zu einem Video oder einem Dokumentarfilm zur Geschichte kann man sich hier zur Geschichte interaktiv selbst verhalten.